Ich habe Verständnis für Schicksalsschläge, die ich in der Regel selbst verschuldet habe. Aber wissen Sie, man lebt sein Leben nach seinen eigenen Regeln. Ich hatte schon immer ein Interesse an der Geschichte von allem. Eine kleine existenzielle Krise ist immer hilfreich, wenn man eine Veränderung anstrebt. Wenn ich etwas weiß, dann ist es, dass ich nie etwas gelernt habe, während ich sprach. Ich bin kein Aushängeschild für gutes Benehmen und Genesung in Hollywood. Ich bin nur ein Typ, der weiß, dass er für vieles dankbar sein kann. Die Lektion ist, dass man immer noch Fehler machen kann und das einem verziehen wird. Erfolgreiche Menschen können nicht nur eine Sache gut. Sie schaffen es, ihre Stärken in verschiedenen Bereichen einzusetzen. Das ist das Geheimnis, warum sie so oft zu großartigen Ergebnissen kommen. Es ist etwas sehr Amerikanisches, sich aufzubauen, zusammenzubrechen und wieder zurückzukommen. Es ist auf seine eigene seltsame Weise die Reise der Helden. Möchte ich für meinen Sohn ein Held sein? Nein, ich möchte ein ganz normaler Mensch sein. Das ist schwer genug. Das Leben ist schmerzhaft und verrückt und schwierig und ist absolut wert. Sich zu sorgen ist, als würde man um etwas beten, das man nicht will. Ich habe aufgehört, mir Sorgen zu machen oder mir über Vergangenes den Kopf zu zerbrechen. Mich beschäftigt nur noch das, was vor mir liegt. Ich habe aufgehört, mir geht es, was vor mir liegt. Ich habe aufgehört, mir geht es, was vor mir liegt.